Schön. Wir haben ja auch noch genügend Stück davon. Ne? Deswegen wollen wir noch ein bisschen Leben haben. Super! Und damit würde ich sagen, sind wir hier. Und bei... Zack. Yeah. Beim Fahrtstuhl. Und wir haben Liquid Snake besiegt. Cool. Okay, wir müssen nach... Ja, ja, stimmt. Wir müssen ja in den Untergrund, um Metal Gear zu zerstören. Da kommt ein Call. Schon wieder. Was? Da war fünf Prototypen in meinem Labor. Ja, also? Wenn du den den, den ich benutze, dann bleibt vier. Hey, das ist nicht die erste Klasse der Mathe. Ich dachte, ich würde einen für dich. Also bin ich zurück zum Labor und... Ja? Die vier Beispiele waren verloren. Also, über den elevator, den ich nachvolle, ist wirklich strange. Es war wie jemand es in der Intentional halten. Als du auf dem, die Wärtsbegründung warst? Das ist eine andere Sache, die mich daran interessiert. Die Wärtsbegründung warst und ich weiß, dass ich nicht über den Wärtsbegründung warst. Wie viel du weißt? Über 1.35. Aber das Elevator hat eine Wärtsbegründung von 650 lb. Es dauert zumindest 5 Menschen, um zu über das Wärtsbegründung zu gehen. Schau mal, Snake! Die Leute, die meine Prototypen haben, sind da mit dir! Es ist zu late, Snake. Jetzt sterbe! Äh, Staff Grenade. Und... Es kommt! Okay. Also, wir haben jetzt... ...vier Camouflage-Teile besiegt. Und, ja, wir können die nicht anziehen. Nö, natürlich nicht. Okay. Wir haben hier Leben. Das ist schon mal schön. Ein bisschen Bullet. Ah, hier ist das, wo wir hochenten können, kommen. Und... Hier können wir weitergehen. Das ist doch auch schon mal echt schön. Hä? Dann müssten wir hier vielleicht irgendwas sprengen. Ah, nein. Key cut. Woah! Guff Grenade. Und... So, jetzt... C4. Und hier weiter. Nikita kann ich nicht benutzen. Wieso nicht? Das ist doch scheiße, dass ich das Ding nicht benutzen kann. Oh. Ja, ich hab's geschafft. Speichern. 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 Manometer. Okay. Ich würde sagen, wir laufen als erstes hier entlang. Den ist was Schönes. Äh, wie wär's, wenn wir den Mind-Detektor anmachen? Okay. Ein bisschen Leben. Hmm. Ah. Ah. Snake, bist du okay? Otakon, gab es einen anderen Prototypen? Nein, es gab es nur fünf. Also, das ist nicht ein Kammauflag, dann. Was bist du? Wer ist auf mich, in der Mitte dieser Blizzert. Es ist sie! Wolf? Ja, es ist sie. Es ist definitiv sie. Otakon, du bist glücklich. Nein, ich bin nicht. Also, was ist das? Snake, bitte nicht sie töten. Bist du verrückt? Sie ist eine gute Person. Du wirst das wissen, wenn du sie sprachst. Listen zu mir, Junge. Sie ist ein Wettbewerb. Ich kann dich perfekt aus hier sehen. Ich habe gesagt, ich will niemals auf die Hunde. Jetzt bist du mir. Wolf? Nein, du kannst! Nicht zwischen einem Wolf und einem Geist. Du bist ziemlich gut, wenn du mich in diese Wettbewerb. Du siehst? Frauen natürlich machen bessere Soldaten. Wolf, nicht das! Snake... Ich bin nahe. Ich bin nahe. Kannst du mich nahe nahe? Es ist ein Fehler für ein Sniper zu zeigen, dass wir unsere Location zeigen. Ist das richtig? Was ist das? Ich werde dir eine Lieblende, meine Lieblende. Du wirst, was das ist? Es ist ein Wettbewerb, von meiner Schrauben zu deinem Herz. Bitte, Wolf! Snake! Nein! Quiet! Nicht in unsere Richtung! Jetzt werde ich dich zurückholen, Meryl. Sie sind so schwach. Du kannst nicht mit dem du starten. Oh mein Gott. PSG One. Na, kann ich hier irgendwas erkennen? Nein! 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 Okay, von wo schießt die Frau? Ich frag mich, von wo die Frau schießt. Ich meine, sie muss von Schreck ausschießen. Das blödet hier irgendwo. Boah. Von wo verdammt nochmal? Ich muss von Schreck ausschießen. Ah. Da. Hallo. Mist. Wie kann ich die denn treffen? Hm? Muss doch hier jetzt irgendwo sein. Warte mal. Ich speicher einfach mal. Und lauf einfach mal hin. Durch. Und guck mal. Ja. Aua. Von wo schießt die denn? Ich weiß nicht von wo die schießt. Da ist sie. Von hier aus sehe ich sie nicht mehr. Das ist sehr schlecht. Wow. Genau. Von wo hat die mich jetzt getroffen? Unter welchem Baum steht die? Da. Ha. Treffer. So. Stopp. Bisschen Leben. Dann komm. Zeig mir von wo du schießt. Ich stehe wirklich hinter einem Baum. Angsthase. Ha. Komm schon. Hör auf. So. Aua. Da steht die. Na komm schon. Kann ich die eigentlich so treffen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Na. Boah. Verdammt.